Wieso glauben immer alle, dass Louise und ich heiraten will? Füße beiseite. Entschuldigung. Sie findet, du bist wunderschön. Ist das wahr? Das finden auch die Pesco-Töchter. Wie überaus schmeichelhaft. Der Pastor sieht das nicht so. Der nicht? Aber er findet dich weiblich. Eck mit den Füßen. Extrem weiblich waren seine genauen Worte. Ich frage mich nur, auf welche Weise? Vermutlich auf eine andere Weise als Mrs. Pesco. Und wie würdest du ihn definieren? Was definieren? Den Unterschied in unserer Weiblichkeit. Mrs. Pascos und meiner. Weiß der Kuckuck. Ich weiß nur, dass ich dich gern ansehe. Und ich sehe nicht gern Mrs. Pesco an. Recht auf Aufmerksamkeit. Aber es feist nur, dass ich mich einmal d看看, Und ich denke, dass ich mich immer noch von'm, dass es auch noch東 удẽ. Und ich daher noch, dass du das. Und ich während gedacht, Tud weak sind. Untertitelung des ZDF, 2020